Hallo, mein Name ist Roland Jentsch und ich möchte heute einfach mal ein bisschen sprechen. Als Yoga-Lehrer rede ich schon genug, aber es gibt da ein Thema, das mich schon sehr, sehr lange beschäftigt, das eigentlich die komplette Menschheit beschäftigt, glaube ich. Die große Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Der Dalai Lama hat dazu mal gesagt, dass die Frage nach dem Sinn des Lebens eigentlich eine ganz leichte Frage ist. Nur eine Frage, die sehr leicht zu beantworten ist. Und die Frage nach dem Sinn des Lebens hat er beantwortet mit, na, ganz einfach, der Sinn des Lebens ist es, glücklich zu sein. Und ich denke, viele von uns werden dem zustimmen. Dann hat er allerdings etwas hinzugefügt. Das Problem ist dann nur, dass sich daraus eine ziemlich schwere Frage auftut. Was bedeutet es denn, glücklich zu sein? Macht viel Geld glücklich? Macht ein guter Job mich glücklich? Machen viele Freunde mich glücklich? Wer weiß. Ich denke, dass sich diese Frage nach dem Glücklichsein nicht pauschal beantworten lässt. Ich denke, dass wir, obwohl wir in der Essenz alle gleich sind, nun doch unterschiedliche Persönlichkeiten mitbringen. Das heißt, es sind wahrscheinlich auch unterschiedliche Dinge, die uns glücklich machen. Um also diesen Sinn des Lebens zu erfüllen, glücklich zu sein, nämlich, müssen wir in Erfahrung bringen, was unserer eigenen Art entspricht. Herauszufinden, wer ich bin und was das hier alles soll. Und auch wenn moderne Yoga-Stile manchmal vermuten lassen, dass es um eine Art Performance geht, darum gut auszusehen, es ist trotzdem genau diese Frage, die hinter dieser Praxis steht.